Irgendwie schaut dieses Ganzo wie ein Flashermesser aus. Was es kann? Schauen wir uns an. Hallo Willkommen, das ist der Reni Rossmann vom Survival Shop über Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun dieses Ganzo. Die Type weiß ich jetzt gar nicht. Schau unten im Beschreibungstext nach. Kann ich da jetzt nicht sagen. Ich nenne das das Ganzo Firebird Flashermesser. Ich habe es mir bestellt. Ich habe es jetzt seit zwei Wochen. Aus dem Grund, weil es ebenso eine interessante Klingenform für mich hatte. Es ist, wenn es zugemacht ist, ist es natürlich ein Handöffner. Das heißt für alle deutschen Kollegen bitte aufpassen. Nicht 42a konform. Es ist natürlich im zusammengelegten Zustand auch hier dieser Huppel raus der Klinge. Das heißt das ist doch ein sehr sehr wuchtiges Messer und lässt sie gut öffnen. Entweder mit diesen Daumenpins hier oder wenn man mag kann man auch eben hier mit dieser Geschichte vorne mit dieser Ausnehmung die ganze Sache öffnen. Da gibt es einen kleinen Steg an dem man angreifen kann mit diesem gerippten Bereich. Das finde ich fein. Da vorne kannst du reingreifen. Du bist dann sehr nah an der Klinge und kannst schön arbeiten. Sie ist auch sehr hoch. Das heißt es ist auch möglich, dass man sie hier hinten packt und etwas arbeitet. Die Spitze ist auch sehr sehr brauchbar. Es kommt Rasiermesser scharf ab Werk. Und hat halt eben einen anderen Schließmechanismus, die ganz so eigentlich sehr sehr häufig im Einsatz hat. Das kennst du sicherlich. Und wenn nicht dann durch das Schieben des Hebels wird die Klinge öffnen. Oder sie wird eben arretiert und durch das zurückziehen wird diese Arretierung aufgehoben. Das heißt man kann jetzt auch auf cool sein. Ist das so? Auf cool. Man kann einfach öffnen, indem er den Hebel nach hinten zieht und dann wieder zu und wieder auf. Eine kleine Spielerei. Und jetzt schauen wir uns einmal an was es kann. Ja, dieses Messer halte ich gerne so, indem ich den Daumen da drauf lege. Das geht sich super aus. Brauche ich keine Angst haben, dass ich mir irgendwie weh tue. Und es lässt sich sehr gut dieser Power-Cut damit durchführen. Eben aus dem Grund, weil ich drücke dann nämlich auch noch gerne mit dem Daumen da noch drauf. Ja, also ich meine das schneidet in einem Schwung durch. Ich meine das ist eh ganz klar, wer was anderes erwartet hat. Das wäre eigenartig. Du siehst ja, dass diese Klinge leicht gebogen ist. Das heißt es lässt sich auch, wie gesagt, meiner Meinung nach gut schnitzen. Das muss man mögen. Man muss auch die Form mögen. Also ich finde das Messer extrem hässlich. Also dieses Messer ist wirklich hässlich, schier grauslich. Ja, aber es hat was. Es hat ganz einfach was. Und wenn du mal was suchst, was ein bisschen eine andere Klingenform hat und trotzdem praktikabel. Ja, dann ist das vielleicht etwas für dich. Lässt sich schön gut damit arbeiten. Die Klingenführung ist gut möglich. Wie gesagt, es ist echt sauscharf. Es ist echt sauscharf. Und was mir gut gefällt ist, dass man hier vorne gute Kontrolle über die Klinge ausüben kann. Ja, echt nett. Nicht webpage drin. 情ge. Tansen. Tansen. Künde. Tansen. Tee. Tansen. Tum. Tansen. T lernen. TAN. Tän, Tren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, alles in allem ein gutes, interessantes, brauchbares Messer, das man auch zur Feuerstahlbedienung einsetzen kann, wie du gesehen hast, du kannst hinten auch Materialien abarbeiten, du kannst Klappschaben, so wie du gesehen hast, also das Messer ist insgesamt eine tolle Sache und wenn dir die Klingenform gefällt und du ein Klappmesser haben willst, dass es ein bisschen eine andere Form hat, dass man auch ganz anders angreifen kann und es dir gefällt, dann ist es vielleicht etwas für dich. Ihr gebt da unten den Link auf Amazon und auf Gearbest, ich habe es von Gearbest gekauft, gibt es aber auch auf Amazon, schaust du an, wo es für dich günstiger zu haben ist und ja, da steht jetzt F755, ist es in 440C Stahl. Ich mag Danke sagen fürs Dabeisein, mag dir um einen Kommentar bitten, ja, kennst du das Messer, was hältst du davon, was hältst du von dieser Verriegelungsart hier, die ganze aber auch andere Anbieter natürlich haben, wie gefällt dir das, das wäre interessant, wenn du da deine Gedanken mit uns teilen könntest, Daumen nach oben, Abo wenn es das erste Mal hier bist, da geht es zum Rhein-Rossmann-Kräuter-Mentor-Programm-Kanal, ein paar andere Videos zum Anschauen, links unten, ich sage Danke fürs Dabeisein, dein Rhein-Rossmann, Ciao!